Herzlich Willkommen bei unserem Workshop Stratz mit Technik. Wir sind Schülerinnen und Schüler vom Berufskolleg Stadtmitte aus der Stadt Milham in der Ruhr, das ist in Nordrhein-Westfalen. Und wir stellen euch jetzt ein paar Geräte vor, die man im Gesundheitswesen anwenden kann. Und ich werde jetzt heute mit der Kollegin Daniela Maheswarai. Wie ihr hier sehen könnt, haben wir verschiedene Geräte, die wir im Gesundheitswesen an Krankenhäusern rutschen werden. Zukunft hoffentlich statt. Einmal hier, das kennt ihr wahrscheinlich auch, um Krankenhäusern, Ärzte Häusern rutschen und schüttern. Ihr wisst wahrscheinlich auch warum das so heißt, oder was man damit macht. Dann haben wir einmal hier Puls-Messgerät. Damit, also, normalerweise ist man es ja anders, aber auch Geräte dafür. Wir machen das so, einmal den Puls-Bursstand messen und einmal nach dem Sport. Dann haben wir einmal hier EKG-Messgerät. EKG heißt, um EKG macht man, um zu gucken, ob man eine Idee, welche Herz-Kanntheiten hatte oder der Herzrhythmus in Ordnung ist. Davor macht man EKG. Das meiste, beliebte, beliebte Gerät ist das hier. Damit wisst man, die Stärke, die Kraft, wie viel Kilogramm man tragen kann. Ja, und jetzt, ach so, ja, zum Schluss noch einmal, das ist ein Lab-Quest. Die Geräte, die ganzen Geräte hier werden hier, äh, angewiesen, angemacht. Und hier werden dann halt die, äh, Ergebnisse von der Person. Und wer jetzt Lust hat, kann nach vorne kommen und ein paar Geräte ausprobieren. Wie wäre es mit jemandem weiterlegen? Wie wäre es mit Ihnen hier vorne in der ersten Reihe? Was? Möchten Sie ausprobieren? Wie wäre es mit dem Kraftgerät? Bitte? Oh, krass. Ähm, krass. Hm. ... ... ... ... Was ist wieder auf der Kugel, wenn ich hier die Schatz an höre, wird hier noch eins drin. Da oben ist der Kugel. Und jetzt, so ist es wieder der Kugel so stark zu hören. Dann geht noch was. Okay, stopp. Ihr könnt ja jetzt auf dem Bildschirm sehen, wie viel Fr. 34 kg. Ja. So, ein Applaus.